Schönen guten Tag meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einem weiteren Bowling-Video. Ich befinde mich heute im Red Bull Bünde, beim Autobahnrasthof. Und ich habe jetzt gerade mit meiner Frau schon drei Spiele gemacht. Zwei davon waren relativ gut, mit 222 und 224, glaube ich, oder so. Die 266 war es. Einmal 166. Ich habe erst mit dem Abyss angefangen, weil hier ist ganz gut Öl drauf. Der Anlauf ist auch schön. Aber der Abyss ist jetzt zu stark. Und deswegen spiele ich jetzt wieder mit meinem Electify Pearl. Drei bis vier Spiele für euch. Die Qualität wird jetzt nicht besonders gut sein, weil es hier sehr dunkel ist. Und mein Handy, die Qualität ist immer schlechter, umso weniger Licht ich habe. Habe ich leider nicht erinnert. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und ja, viel Spaß. Das funktioniert. Ich wünsche euch nochmal Janet. Das war's. Untertitelung. BR 2018 So, am Anfang des Spiels dachte ich bestimmt nicht, dass ich noch mit über 200 aufhören werde, aber habe dann noch einen Fünfling geworfen. Am Anfang des Spiels war ich ein bisschen langsam, schnell meine ich, viel zu schnell. Und dann bin ich am Ende etwas ruhiger geworden, habe dem Ball ein bisschen mehr Zeit gegeben zum Reagieren. Und dann lief er auch ganz gut. So mache ich jetzt auch weiter. Spiel 2. Spiel 2. Spiel 2. Spiel 2. Spiel 2. Wow, das war mal ein gutes Spiel. 249. Ich weiß nicht, ob man es jetzt nochmal sieht und ob das Spiel direkt wieder genullt wird. Mal gucken. Ja, es wird sofort wieder genullt. 249 waren das. Also hier werde ich auf jeden Fall noch öfter vorbeikommen, glaube ich. Ja, ich denke, ich mache noch zwei Spiele für euch. Macht gerade Spaß. Und ja, dann haben wir vier Spiele, dann reicht das auch. Also Spiel Nummer drei. Ja, ich denke, ich mache noch zwei Spiele. Ja, ich denke, ich mache noch zwei Spiele. Ja, ich denke, ich mache noch zwei Spiele. Ich denke, ich mache noch zwei Spiele. Fass, fass, fass! Ha! Ha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das Bild ist natürlich schon wieder weg, das waren jetzt nur noch 2,30, nur noch. Ich glaube, ich habe meine neue Lieblingsbahn gefunden. Hier komme ich ja besser klar, als bei mir zu Hause. So, das müsste jetzt das sechste Spiel gewesen sein. Das heißt, wenn ihr die Zahl oben durch 6 haltet, habt ihr meinen Schnitt aktuell, der gar nicht so niedrig ist. Gut, jetzt kommt für euch das letzte Spiel, danach mache ich noch eins Privat, aber ein Spiel für euch gibt es jetzt noch. So, das war's. So, kommen wir bitte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Ergebnis kann man ja eh nicht sehen, das waren jetzt nur noch 189. Aber ich erwarte auch, dass es jetzt langsam runter geht, sonst wär das gruselig. Also, ich hab jetzt nach sieben Spielen 1492 Pins. Schnitt könnt ihr euch ja da mal an den Fingern abzählen. Die sieben Teilen. Und ja, also auf jeden Fall... Manno, was machst du denn? 213 hab ich. Irgendwann meine Frau hier oben. Ja, also hier werde ich auf jeden Fall häufiger hinkommen, denn die Bedingungen hier sind für mich echt super. Ich mach's noch ein Spiel für mich. Ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Bowling-Video. Bis dahin, macht's gut, euer Tentbit Master.